Derjenige, der eines Tages weiß, wie es läuft, bin ich. Der Mega-Sozi, der starke Mann, er ist so geil, dass ich mir einen drauf backen kann. Durch Talkshows reisen, um klug zu scheißen, nen Kessenspruch gern von oben herab. Mein Gott, habt ihr ne lange Leitung hier. Auch mal groß kotzen, einen rausrotzen und voll durchdrehen. Wir sind saufregend. Vor dem Kanzleramt warten, er macht den Harten, will voll abgehen. Ich glaube, dass meine Partei mich gelegentlich als Granate wahrgenommen hat. Ein Macker wie dieser, findet sich unendlich geil. Ja, der Beifall ist berechtigt. Für 20 Krisen, hat er auch noch für ne Redezeit. Einen Macker wie diesen, findet nur der Helmut geil. Er steckt tief in dem Wiesel. Ja, ja, ja. Und die Merkel, die geht steil. Er bleibt der Typ mit der Kohle. Ob er will oder nicht. Und geht die Wahl in die Hose. Ist schon der Andere in Sicht. Ein, zwei, drei, schlank's vorbei. So kann's gehen.